Also heute wieder die Kundgebung zum Juni, zum ersten, zum zweiten Juni. Heute, wir reden wieder über die Risiken, über die Gefahren dieser Welt und über die positiven Aspekte, die man eigentlich schaffen könnte und die man schaffen muss. Und wir, Trump hat ja angefangen mit dem, damit er das Atomverbotsstopp, den Iran-Verbot, den Iran angreift und das Safaris-Abkommen gekündigt hat. Das sind alles schlechte Sachen. Deswegen hat er sich ein bisschen außerhalb vom Westen gestellt, allerdings in Wirklichkeit ja nicht. Also in Wirklichkeit hält der Westen schon eifrig zu ihm. Aber gut, jedenfalls, wir fordern, dass die Völkerrechtsverbrechen gegen den Frieden gestoppt werden. Die Völkerrechtsverbrechen, die Trump macht, die Netanjahu macht, die Erdogan macht, aber auch Deutschland heimlich mit den anderen, mit Trump zusammen. Also das ist altes Völkerrecht und wir beschwören uns darüber. Gut, das ist die Hauptthema. Achso, dann habe ich noch zwei Spezialthemen heute. Dass heute, also in die Drohnenkampagne, also die bewaffneten Drohnen sollen am 13. Juni im Parlament abgestimmt werden. Also das Militär hat gefordert, dass wir bewaffnete Drohnen anschaffen. Und das hatte seinerzeit die SPD abgelehnt. Und das geht jetzt darum, das abzulehnen, weil das wieder einen Schub des Militarismus in der ganzen Welt bedeutet. Und wieder ungeheure Ausgaben und so weiter. Also von daher, jetzt wäre es gut, wenn ihr euch aufraffen oder wenn Sie sich aufraffen könnten, noch in der nächsten Woche einen Brief an Ihren Abgeordneten oder an Abgeordnete zu schreiben und zu sagen, wir wollen keine bewaffneten Drohnen. Die andere Geschichte, was jetzt wieder, also jetzt passieren ja ständig Drohnenmorde an der Gaza-Grenze. Und heute ist ein besonders grausiger Drohnenmord passiert. Heute ist eine junge Palästinenserin, eine Sanitäterin mit 20 Jahren ungefähr alter, eine hübsche junge Frau, ist erschossen worden, als sie einem anderen Menschen, einem anderen Palästinenser geholfen hat. Also das ist eine grauenhafte Geschichte. Und Deutschland stellt sich nicht richtig dagegen. Deutschland sagt nicht, dass die Leute nicht unbewaffnete Demonstranten erschießen dürfen, sondern sie halten sich da raus. Das ist, also jedenfalls die Merkel hält sich raus und damit auch die Bundesregierung. Und da müssen wir uns also beschweren, dass es geht einfach nicht, solche Sachen. Okay, gut, das waren erstmal meine heiligen Worte. Jetzt vielleicht Michael, schaffst du das? Okay, danke. Danke, Helmut. Mein Name ist Michael Köllisch. Ich wollte mich mal wieder zum Wort melden, wegen der Rüstungsausgaben, die unsere westlichen Länder stemmen und der Forderung, diese Rüstungsausgaben zu erhöhen. Die NATO-Länder haben insgesamt Rüstungsausgaben von 910 Milliarden Dollar. Russland, die russische Föderation im Vergleich dazu 60 Milliarden Dollar. Man kann sich also vorstellen, dass man für 910 Milliarden eine ganze Menge Kriegsgerät mehr kaufen kann als für 60. Nun wird uns gesagt, wir sollen unseren Rüstungsetat erhöhen. Wir müssen also statt bisher um die 30 Milliarden Deutschland, sollen wir jetzt 2 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes, das würde so heißen, insgesamt um die 70 Milliarden für die Rüstung auszugeben. Das wäre dann mehr als das riesige Russland. Wir sollen also mehr als bisher für die Rüstung ausgeben, weil 910 Milliarden der NATO gegenüber von 60 Milliarden von Russland zu wenig wären. Und wir müssen jetzt Angst vor denen haben. Das kann doch nicht sein, wenn hier die Schulen zusammenkrumpeln und die Infrastruktur verfällt. Das ist falsch und dagegen müssen wir protestieren. Hier ist es richtig. Also ich würde eine Sache hinzufügen. Es geht um Kriegsvorbereitungen. Die Bundesregierung rüstet auf, das wissen wir schon lange. Es sind neue Gesetze rausgekommen. Wie alle anderen Staaten auch, werden sie sich mit Drohnen bewaffnen. Das heißt, es werden Drohnen aufgekauft. Soweit ich weiß, noch nicht von der Bundesrepublik oder von der EU selbst hergestellt. Teilweise wurden die aus Israel beschafft. Folgendes ist jetzt, in der kommenden Woche gibt es eine Abstimmung im Bundestag. Da geht es darum, ob die Drohnen bewaffnet sein sollen oder nicht. Der Bundestag muss beschließen, dass die Drohnen bewaffnet werden können. Wir haben dagegen protestiert, haben Einspruch erhoben, haben die verschiedenen Bundestagsabgeordneten angeschrieben. Es sieht so aus, als ob die SPD noch weiter Unterstützung braucht, dass sie auch wirklich Nein sagt. So wie zur Kriegsvorbereitung. Mir ist aufgefallen, dass unsere repräsentative Demokratie in letzter Zeit schlecht funktioniert. Man hat den Eindruck, dass die Repräsentanten, die wir wählen, nicht die Meinung der Bevölkerung zum Ausdruck bringen. Das stimmt. Ja, wir wählen, sagen wir mal, wir sind für Frieden und wählen die Grünen. Was passiert als nächstes? Die Bundesrepublik Jugoslawien wird angegriffen und mit Krieg überzogen, mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Oder man ist für Soziales und wählt die SPD. Was passiert als nächstes? Hartz IV wird eingeführt. Man wählt die SPD und sie führt den größten Niedriglohnsektor in Europa ein. Man hat also das Gefühl, dass unsere Repräsentanten, wenn sie unsere Stimme erst mal bekommen haben, gar nicht in dem Sinn dessen, was sie uns vorher versprechen, abstimmen im Bundestag. Sondern sie sammeln unsere Stimme ein und machen dann irgendetwas anderes, was ihnen ihr Gewissen oder vielleicht ihr Lobbyist eingibt. Man weiß es nicht. Man weiß nur, dass der Wille der Bevölkerung durch diese Art von Demokratie anscheinend nicht ausreichend transportiert wird. Es gibt jetzt interessante Überlegungen zur direkten Demokratie. Es gibt zum Beispiel eine App www.democracy-deutschland.de, in der man Bundestagsentscheidungen vorweg lesen kann. Man kann die Drucksachen des Bundestages lesen und man kann die Abstimmung des Bundestages vorwegnehmen und gleichzeitig an der Diskussion crowdmoderiert teilnehmen. Das funktioniert noch nicht so ganz, aber es ist im guten Aufbau. Außerdem kann man erkennen, so wie bei Abgeordnetenwatch, was die Bundestagsabgeordneten letztlich abgestimmt haben. Solange in dieser App nur so 200 Leute oder 400 Leute mitmachen, ist das natürlich nicht interessant. Deshalb würde ich empfehlen, so weit wie möglich daran teilzunehmen. Es wäre ja interessant, zum Beispiel, wenn 20 Millionen Leute über die App abstimmen würden, ob die dasselbe wollen wie unsere Abgeordneten. Zum Beispiel, ob die 20 Millionen Leute auch Drohnen anschaffen wollen. Oder was unsere Abgeordneten dazu sagen. Vielen Dank. Und man bildet sich seine Meinung und möchte auch etwas dazu sagen. Es sind ein bisschen näher. Sechs Leute auf der Welt gehören genauso viel an Vermögen wie 3,5 Milliarden. Und das muss man sich mal überdenken, wie viele das sind und was sich da draus ergibt. Diese sechs Personen, die wollen natürlich auch, dass das so bleibt. Und deswegen fällt ihnen auch dazu einiges ein. Der ehemalige NATO-Oberbesitzhaber Wesley Clark hat vor gut 18 Jahren festgestellt, dass das Pentagon in dieser Region, gemeint war der Nahe Osten, sieben Kriege geplant hat. Davon steht nur noch einer aus, und zwar der gegen den Iran. Willy Wimmer, der 43 geboren und 33 Jahre lang Abgeordneter Deutschen Bundestag war, hatte verschiedene Ämter inne, parteipolitischer Sprecher, der CDU-CSU-Fraktion und auch Vizepräsidenten. Eigentlich reiht ja doch relativ laun, aber der Mensch redet gerade nicht mehr. Bei den Klauen muss man doch lauter reden. Ja, der Parlamentarische Staatssekretär und Verteidigungsministerium und Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der KSZE, OSZE. Er spricht davon, dass die schon noch früher angefangen haben mit Planen und weist immer wieder auf die Gefahr hin, die besteht. Es ist eben so, dass in der Region so lange kein Frieden herrschen wird, solange man die USA in ihrem Streben, machtpolitischen Streben unterstützt. In der USA, kommen wir gleich drauf, da gibt es jetzt den Trump, der selber aus dem Großkapital stammt und der jetzt auch lieber selber regiert, weil ihm vielleicht der Regen als Schauspieler das nicht richtig gemacht hat, weil Georg Busch, der 43. Präsident, der seinen Vater, auch Georg H. Busch, als 41. Präsident als Sohn im Amt, beerbt hat. Jetzt hat ein malaisiges Gericht am 12. Mai 2012 als Kriegsverbrecher wie auch Leer verurteilt. Nur es ergibt, daraus ergeben sich keine Konsequenzen. Wenn ich sowas höre und mir Gedanken darüber mache, fällt mir auch immer, der Bertolt Brechstein mit seinem Gedicht Fragen eines lesenden Arbeiters. Arbeiter, das sind die, die ihr Geld damit verdienen, dass sie ihre wahre Arbeitskraft verkaufen. Und da heißt es, dass Alexander der Große ganz Asien erobert hat. Und er fragt sich natürlich, der Arbeiter, wieso der allein? Hatte der nicht wenigstens Koch dabei? Und das ist natürlich klar, ohne Vasallen, die Unterstützung geben, kann man solche Kriege halt nicht führen. Das geht nicht. Und da kommen wir natürlich wieder ins Spiel, wenn Europa, und es scheint so, als ob sie sich jetzt eines Besseren bewegen, den unterstützt, dann wird der Schaden, der entsteht, viel größer werden. Man kann einen Krieg verhindern, wenn man die Unterstützung versagt. Aber nun zu einer anderen Zeit, die nicht ganz so weit zurückliegt, Angela-Amerika war schon vor dem Ersten Weltkrieg nicht mit dem Bestreben der Deutschen einverstanden, ein unabhängiger, in einer unabhängigen Währung zu wirtschaften. Sie waren auch streng darauf bedacht, andere Konkurrenzwirtschaftssysteme nicht zu tolerieren. Eine Verbindung zwischen Deutschland und Russland sind hier als Schreckgespenst auch heute noch gültig. Einer der wichtigsten Berater der US-Regierung, Brzezinski, sagte 2008, es sei leichter, Millionen zu töten, als sie zu kontrollieren. Brzezinski Schachbrett ist Brzezinskis Geostrategie, gehört zur klassischen Geopolitik der USA. Eurasien ist somit ein Schachbrett, auf dem sich auch in Zukunft der Kampf um die Weltherrschaft entscheiden wird. Zum Zweiten Weltkrieg und Winston Churchill. Er entstand einer britischen Hocharistakie. Churchill verfolgte die Manie gegen Deutschland weiter. Es waren nicht Hitler oder die Nazis, die er im Visier hatte, sondern die Stärke des deutschen Volkes. Das hat er mehrfach damals zum Ausbruch gebracht. Den Deutschen muss der Geist Schillers ausgetrieben werden, damit dieser Niveau wiedergeboren wäre. Deutschlands Identität sollte gebrochen werden. Jetzt sind die Eliten Deutschlands und der Frankreichs rein nordatlantisch ausgerichtet. Doch warum? Deutschland wollte vor dem Zweiten Weltkrieg seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandel befreien und ein eigenes Tauschsystem etablieren. Das hätte der Weltfinanz keinen Gewinn eingebracht. In Libyen war das übrigens auch so. Als die ihr eigenes Währungssystem eingeführt wollten, wurden sie angegriffen, zerstört. Syrien wollte keine Ölleitung, keine Öltrasse tolerieren oder bauen lassen. Und schon ging es mit dem Krieg dort los, mit dem Regime-Change. Es ist ja so, dass Amerika zu Syrien noch die besten Verhältnisse hatte, als ein Attentäter in Marokko gefasst wurde, der in 9-11 involviert war. Und der wurde dann nach Syrien verbracht, um dort verwirrt zu werden. Er war eingesperrt und ist jetzt in den Kriegswürden dort freigekommen. Also, das primäre Interesse der Vereinigten Staaten durch das letzte Jahrhundert hindurch, also im Ersten, Zweiten und im Kalten Krieg, sind die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland gewesen, denen vereinigt werden, diese beiden als einzige Macht, die uns bedrohen könnte und daher sicherzustellen, dass das nicht passiert. Es sollen Deutsche und Russen aufeinander gänzt werden, um auszubluten. Waffenexporte, die kommen auch immer wieder von Deutschland. Wir kennen das mit der Rüstungsindustrie. Es sind jetzt erst sechs Küstenschutzboote an Kuwait ausgeliefert worden, und zwar in ein Konfliktgebiet. Es hingen da 300 Arbeitsplätze dran und die Exporte hätten die Volksvorgängerregierung beschlossen gehabt. Kuwait setzt damit ein Embargo gegen den Jemen durch. Dort verhungern deswegen 300 Menschen täglich. Und heute stellt sich ja... Nicht so lange, das wird kein Mensch... Ja, ne... Immer nur kurze Sachen... Denn, gebe ich mal weiter, ist ja auch erst mal reicht's. Der Nächste... Ja, hallo, mein Name ist Marc Lefermann. Ich kann vielleicht mal was sagen zum bösen Mann-Frame. Das ist eine Technik, der wir hier ausgesetzt sind, um unsere Meinung zu manipulieren. Also man erfindet immer böse Leute auf der Welt, sei es Putin. Und vielleicht ist er auch böse, aber man richtet den Fokus ausschließlich auf diese Personen. Und das ist die Technik. Und man verschweigt dabei vielleicht auch eigenes Fehlverhalten oder eigenes falsches Vorgehen. Und das ist im Grunde ein Problem. Wir werden immer aufgehetzt von einer Talkshow in die andere. Jedes Mal gibt es dann wieder so ein Brandthema, wo eben so ein böser Mann dann kritisiert wird in seinem Handeln. Ja, jetzt können wir mal auf unser Handeln gucken. Und da fällt mir auf, ja gut, im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, da gab es so eine Regel, wenn Partisanen deutsche Truppen angegriffen haben, dann hat man wohl danach dann zehn Partisanen hingerichtet als Strafe. Das nennt man Sünequote. Das heißt, für einen getöteten deutschen Soldaten wurden zehn Partisanen hingerichtet. Wo sind wir denn da heute? Bei 9-11 geht man davon aus, dass ungefähr 3.500 Personen gestorben sind durch den Einsturz des Gebäudes. Und seit diesem Datum hat es mehrere Kriege gegen islamische Staaten. Und in diesen Kriegen sind mittlerweile drei Millionen islamisten oder bürgerislamischen Ursprungs- oder arabische Bürger umgekommen. Und das bedeutet, dass wir jetzt eine Sünequote haben, aktuell von 1 zu 1.000. Das heißt, für jeden getöteten US-Bürger werden 1.000 Moslems getötet. Das sind aktuell die Zahlen. Und ja, die Drohnen sind ein klassischer Beleg dafür. Wir kämpfen ja auch hier gegen die Drohnen. Da möchte man erreichen, dass die Sünequote unendlich wird. Denn man hat gar keine Opfer mehr. Weil man lenkt die Drohnen remote, also aus dem Office. Irgendwer sitzt hinter seinem Schreibtisch, sieht das Videosignal, macht sich lustig, tötet Menschen, die nur Pixel sind. I killed some pixels. Man kann sich diese ganzen Videos angucken im Internet. Da gibt es ja Mitschnitte von den Drohnenpiloten, die ohne Moral und da diskutieren. Ja, und das ist der aktuelle Stand. Aber uns erzählt man, dass es eben einzelne Menschen gibt, die so böse sind. Aber unsere eigene Brosthaftigkeit, die wollen wir nicht sehen. Und verdecken die damit. Gut, das war's. Ich will gerade nochmal auf das eingehen, was der Marc gerade sehr klassisch geschildert hat. Und will auf einen Detail eingehen, nämlich auf diese Äquidistanz. Also man sagt, der Putin ist genauso schlimm wie der Westen. Das ist sicherlich richtig. Also der Putin ist nicht besser als der Westen. Aber er ist viel schwächer. Militärisch ist er viel schwächer. Er hat nur ein Zehntel der Waffen, die die anderen haben und so weiter. Also er ist viel schwächer. Deswegen ist er auch gezwungen, diplomatischer zu sein und freundlicher zu sein. Er muss sozusagen freundlicher auftreten, weil er weiß, er ist schwach. Und er hat nur die Möglichkeit, die gesamte Welt mit zu vernichten. Das kann er durch die Atomwaffen. Weil er Atomwaffen hat, er hat einige tausend Atomwaffen, mehr noch als die Amis. Und damit kann er die Welt vernichten. Und das können die Amis natürlich auch. Das kann jeder. Das kann jeder Atomwacht sozusagen. Jedenfalls die beiden Atomwaffen, die können zusammen die Welt vernichten. Oder auch wenn eine ihre ganzen Atomwaffen, dann reicht das auch, damit die Welt kaputt geht. Dass ein nuklearer Winter eintritt. Und zehn Jahre ist es dunkel und eiskalt auf der ganzen Welt. Also von daher stirbt die ganze Menschheit aus. Also von daher, es ist so, dass es eben, deswegen aus diesem Grund muss man diese Äquidistanz ein bisschen aufgeben und sagen, es ist eben eindeutig der Westen, der das Stärkere ist. Er ist der Stärkere, er ist nicht der Bessere, aber er ist der Stärkere und er ist ziemlich brutal. Also insbesondere die Amis. Aber leider machen wir mit. Wir beteiligen uns am Syrienkrieg. Und zwar ganz unauffällig so am Hintermann. Wir machen das nur mit Flugzeugen und so weiter. Aber wir beteiligen uns am Syrienkrieg. Und wir beteiligen uns an der Überwachung. Wir beteiligen uns an diesen und jenen. An dem Drohnenkrieg beteiligen wir uns. Die Drohnen laufen alle über Rammstein, also alle über Deutschland. Also von daher ist das alles eine, ja, ist das eine ziemliche Scheiße. Und wir müssen halt jetzt langsam, wir müssen langsam wach werden. Und müssen halt sagen, unsere Parlamentarier mal auffordern, sich richtig zu verhalten, die richtige Politik zu machen. Und deswegen stehen wir hier und protestieren. Wir protestieren und wir sagen, es ist eigentlich alles Quatsch. Man könnte so viel besser leben. Die ganzen Militärkosten sind so ungeheuer teuer, dass man damit problemlos die Welt retten, sanieren kann. Problemlos. Ja, also es reicht einen Teil der Militärkosten, um die Welt zu sanieren. Also von daher ist es eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Und man muss aber, andererseits ist eben die Hoffnung ist da, es geht, es ginge besser. Aber es ist komisch, dass die Politiker sich alle so einbuseln lassen oder so komisch verhalten. Also von daher, und wir müssen halt die Politiker wählen, die besser sind und die mal eine Friedenslogik haben. Bisher haben die Politiker überwiegend eine Sicherheitslogik. Und die Sicherheitslogik führt zum Krieg. Also man muss eine Friedenslogik haben. Man muss komplizierte Sachen kompliziert machen. Man muss lange Verhandlungen führen. Ja, wie die OSZE, die Organisation versichert und zusammen hat in Europa. Die war eine, die hat über Jahre und Jahre und Jahre getagt. Ja, bis sie dann langsam, bis sie langsam Schritt für Schritt voranging. Leider ist sie geschwächt worden. Nach dem, nach dem Mauerfall ist sie geschwächt worden. Dann plötzlich, dann war sie nicht mehr viel wert. Aber sie gibt es immer noch und sie hat uns in der Ukraine auch ein bisschen das Fell gerettet. Also von daher ist es durchaus eine gute Sache. Das ist natürlich richtig, dass die Russen und Putin, will man nicht Putin allein sagen, denn der ist es nicht allein, dass die viel weniger in ihren Rüstungshaushalt einzahlen wie die Amerikaner. Aber es ist eben auch so, dass Verteidigungskriege billiger sind, kostengünstiger sind wie Angriffskriege. Und so eine Angriffsstrategie, die da ist, die kostet eben, weil man überall präsent sein muss in der ganzen Sache. Und da stellt sich der Röttgen noch hin, heute im Bundestag und erzählt, dass das Völkerrecht auch abgeschafft werden könnte. Denn anders kann man seine Äußeren gar nicht interpretieren. Er hat nämlich gesagt, dass es gar nicht so wichtig ist und dass man Gesetze, so wie sie bei uns sind, Vorverurteilungen ohne Beweise, dass das eben im Völkerrecht gar nicht so taugt, dass man das da nicht braucht. Und damit ist es auch an Absurdum geführt. Genauso ist es wie Herr Maas, mit dem man ja auch nicht einer Meinung sein muss, der einen Anzug anhat, der viel zu große Taschen hat. Der will Geld ausgeben, was er normalerweise oder was wir besser brauchen könnten in Schule, in Medizin und so weiter. Der Witz der Woche war diese Woche, dass ein erschossener russischer Journalist, der dann doch nicht ganz tot war, sondern putzt, munter und unverletzt, ein Atem tat, das gar keins war. Und der angeblich Täter war schnell ausgemacht, das war natürlich wieder Russland. Ja, ganz nett, das ist ein Witz. Aber es springen alle Medien erstmal darauf rein. Und der hat natürlich auch sicher gedacht, der kann ein bisschen Geld machen. Aber im Grunde genommen ist er vom ukrainischen Geheimdienst korrumpiert worden. Das ist nun mal nicht anders. Und dann wollte ich noch mal ganz kurz nur sagen, es ist auch so, dass man nicht nur in Parteien tätig sein muss. Ohne Parteien kann man natürlich viel mehr bewegen. Ja, wir zum Beispiel. Als Bürgerinitiative sowieso war ich früher auch schon bei uns im Dorf tätig. Aber es ist eben auch so, dass man die Kräfte zusammenführen muss. Ja, das ist ja auch gut so. Bloß man muss natürlich auch mit denen arbeiten, die mit einer Meinung sind. Man muss denen eine Basis geben. Und das ist ganz wichtig. Ich denke mal, wenn es im September da angeht, wird sich da auch was zeigen. Wir hatten das früher mal, ganz früher, da war es dann auch alle Parteien vereinigt in eine Richtung. Aber das soll es ja nicht sein. Es sollen ja nur die Fortschrittlichsten sein. Die anderen brauchen wir da nicht. Ja, das ist natürlich das Stichwort für die Bürgerinitiative Braunschweig. Wir sind ja angetreten, dass wir eben sagen, es reicht nicht aus, nur Bürgerinitiative zu sein, sondern man muss den Parteien auf den Pelz rücken. Und wir machen den Parteien auch Vorschläge in den verschiedenen Fragen, ob das Anti-Atom ist oder ob das sonstige kommunale, aber auch überkommunale Themen, wie man mit denen zusammenarbeitet. Nur mal als Beispiel, wir haben uns ja durchaus auch dafür eingesetzt, dass in Europa der Frieden herrscht, dass wir uns nicht wieder gegeneinander aufhetzen lassen. Wir sind froh, dass wir nicht mehr den Erbfeind Frankreich haben. Wir haben das Komitee mit dem Komitee in Roselies in Belgien eine Erinnerungspartnerschaft geschaffen. 2014 war das, nämlich zum Beginn des Ersten Weltkrieges. Wir haben jetzt gerade erfahren gestern, dass in diesem Jahr eine Delegation aus Roselies, aus Eso-Prell, so heißt die übergeordnete Gemeinde, in Braunschweig sein wird. 1. September, Antikriegstag. Warum? Weil der Erste Weltkrieg ist vor 100 Jahren zu Ende gegangen oder wurde beendet. Und das wird entsprechend gefeiert. Und wir haben sogar noch mehr. Wir haben dann auch einen Besuch am 18. August in Belgien, in Roselies. Da wird wieder eine BIPs-Delegation hinfahren, wie wir jetzt schon das viermal gemacht haben. Jetzt das fünfte Mal. Und die Stadt Braunschweig schickt inzwischen auch immer eine Delegation und hat ja hier auch angekündigt, den Garten der Erinnerung dort auf dem ehemaligen Kasernengelände hinzustellen. Aber wir haben ein riesiges Problem dort. Wir haben da immer noch Traditionsverbände, die haben ihren Ehrenhain dort, wo Traditionsregimenter bis hin zur Schutztruppe Deutsch-Südwest geehrt werden als Vorbilder. Und das geht natürlich gar nicht. Da müssen wir uns dann riesig schämen dafür, wenn diese Steine noch stehen, wenn dann die Delegation kommt, es werden nicht die Opfer dort gewürdigt, sondern die Täter werden da gewürdigt. Das muss man sich wirklich deutlich machen. Es gibt also hier immer noch den Kampf um die Interpretationshoheit von Opfern. Will man nichts wissen? Will man überhaupt nichts wissen? Aber wie soll Aussöhnung funktionieren, wenn man bestimmte Dinge nicht aufarbeitet? Und das ist auch eine wichtige Arbeit, die Bürgerinitiativen leisten in der Stadt. In Roselies haben wir eine Initiative. Wir haben die Initiative auf Stadtebene. Denn Roselies ist kein Mädchenname, sondern ist der Name einer belgischen Stadt, die von herzöglichen Truppen am 18. August 1914 plattgemacht worden ist. Kriegsverbrechen. Der Pastor ist erschossen worden. Nicht nur er, sondern 49 andere als Geiseln genommen, um dort schnell durchzukommen. Es war völkerrechtswidrig, was damals passierte. Das muss aufgearbeitet werden. Und man scheut sich hier in Braunschweig bis rein in die Stadtverwaltung, scheut man sich, das vernünftig aufzuarbeiten. Es gibt dort auch einen Pastor im Bereich Lindenberg, der alles tut, um das abzudeckeln. Der ganz viel auch hetzt gegen Bubs, auch hetzt gegen mich. Immer weiter, immer weiter, um zu sagen, nein, er lässt nur Opfer zu, Opfer des Stalinismus. Was die da mit zu tun haben, Stalin gab es ja noch gar nicht im Ersten Weltkrieg, aber ist egal. Er führt immer noch den kalten Krieg weiter. Wir haben kalte Krieger, die ja maßgeblich in dieser Stadt das Sagen haben. Immer noch, leider. Sie haben zwar nicht die Mehrheit, wir sind Ihnen auf die Pelle gerückt, aber Sie haben wie ein Pfahl im Fleisch immer noch Ihren Ehrenheim. Und guckt euch das Ding an, das geht gar nicht. Da müssen wir also in irgendeiner Weise auch weiterarbeiten. Also nur mal dazu. Wir haben genug zu tun, also auch hier in Braunschweig, um die kalten Krieger hier weiter zurückzudrängen. Und das geht nur, indem man aufklärt und indem man die Völkerversöhnung, Freundschaft und so weiter, schafft. Aber es geht nur auf der Basis, dass man aufarbeitet, wie es gewesen ist seinerzeit. So, das wollte ich nur gesagt haben und dann jetzt weiter zum aktuellen Kriegsgeschehen. So, wer möchte. Friedenskampf und Kultur gehören zusammen und deswegen singe ich jetzt ein Lied. Nicht wahr, die neue Lage macht uns nicht gerade froh, Raketen hier und da, doch es war nicht immer so. Wer will, dass all diese Dinge verschwinden von der Welt? Der muss zunächst mal fragen, wer hat die erste bestellt? Mit Fragen geht es weiter, wer macht den großen Kies? Wer hat die Staat zertrümmert, die Hiroshima hieß? Wer will, um sich zu bereichern, Ölstaaten demolieren? Das alles muss man wissen und tief im Herzen spüren. Unter einen Hut und dann alles für den Frieden. Doch nicht einfach Wut, sondern Arbeit jeden Tag. Für eine Erde der Kinder, die sich zu erben lohnt. Weil da nicht mehr der Schinder von Mensch und Erde wohnt. Das NATO-Zeug im Lande muss einfach wieder weg. Dann hat Vertrauen haben und bilden wieder Zweck. Noch haben sie nicht gewonnen, die Herren aus Übersee. Der Kampf hat neu begonnen, steh auf, sei stark und geh. Unter einen Hut und dann alles für den Frieden. Nicht nur einfach Wut, sondern Arbeit jeden Tag. Für eine Erde der Kinder, die sich zu erben lohnt. Weil da nicht mehr der Schinder von Mensch und Erde wohnt. Für eine Welt, die die Zukunft hat. Für die Kultureinlage, die engagierte Kultureinlage. Ich habe nur noch eine Information hier zusätzlich zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben diesen Ehrenhain, diesen Unsäglichen der Traditionsgemeinschaft, die dort ihre Regimenter feiern. Nicht irgendwelche Menschen, sondern ihre Regimenter feiern die. Mit Totenkopf, mit Wehrwolf und solche Dinge. Das muss man sich klar machen. Das geht nicht. So, wie es anders geht, das zeigen uns die Belgier. Wir werden am 18. August in Belgien ein Erinnerungsmahnmal eröffnen. Ein Wein unter Beteiligung der Stadt Braunschweig. Und natürlich auch von uns, eine eigene Delegation der WIPS, das so aussieht. Es ist abgesprochen. Auch der Oberbürgermeister hat das freigegeben. Ihr seht rechts in diesem Haus, unter diesem Dach, der rechte Flügel dort, da ist der Wappen der Stadt Braunschweig. Und es steht da drauf in der Mitte, la mémoire partagée, heißt wohl so, geteilte Erinnerung an den Krieg 1914-18 im Jahre 2018. Das wird von einer Schule dort aufgestellt werden und wird am 18. August eingeweiht. So kann man auch Denkmäler würdigen und überhaupt schaffen. Man muss nicht diese Denkmäler, die wir hier haben, man muss nicht solche Dinge haben in militaristischer Weise. Das ist völlig kontraproduktiv. Also, ein sehr großer Erfolg. Wir freuen uns dann auch, dass danach, kurz danach, diese Belgier dort aus Roselies, oder Rosalie, wie die es ja französisch ausgesprochen, hier in Braunschweig diesmal sein werden. So, jetzt kommt Brigitte. Dankeschön. Guten Tag, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mein Name ist Brigitte Konstein-Gülde. Und heute habe ich die ehrenvolle Aufgabe, hier das Schlusswort zu sprechen. Sie sehen, ich muss mal überlegen, womit ich anfange. Wir haben hier ganz viel heute über Krieg und Raketen und Aufrüstung gesprochen. Und wir stehen hier, um darauf aufmerksam zu machen, wie gefährlich unsere Welt geworden ist. Wir wollen alle keinen Krieg. Wir wollen, dass sie hier weiterhin shoppen können. Und heute ist kein Sonnenschein, aber bedeckter Himmel und warm. Und ich habe vorhin Flyer verteilt. Das ist ein schweres und hartes Brot, sage ich Ihnen, weil viele sich gar nicht interessieren. Allerdings habe ich heute, wie fast jedes Mal, auch wieder ganz positive Erlebnisse gehabt. Jemand stieg extra vom Rad ab, um den Flyer entgegenzunehmen. Das ist doch toll. Und hier war vorhin ein Sänger, der ist gegangen, weil ich will sie nicht stören, wenn sie hier reden. Und sie stören mich auch. Und ich suche mir einen anderen Platz bei so sympathischen Leuten. Na, das ist doch toll, fand ich jedenfalls. Aber ich habe hier ein Schild heute um, das hatte ich schon mal irgendwann. Das ist eigentlich meine Eintrittskarte für den Zugang zum Theater. Und hier steht drauf, bewegt dich tanzwärts. Und dies bewegt dich, möchte ich auch für uns übernehmen, im Kopf. Wir müssen uns im Kopf bewegen und wir müssen einfach, wir müssen gar nicht, aber es ist empfehlenswert, wenn wir umdenken, wenn wir anfangen, friedlich zu denken und aufmerksam zu werden, was hier eigentlich in dieser Stadt geschieht. Es wird ständig, Peter Rosenbaum hat es gesagt, übrigens habe ich vergessen zu erwähnen, herzlichen Dank. Wir stehen hier am BIP-Stand und Peter Rosenbaum gewährt uns hier Asyl, sag ich mal. Wir dürfen sein Mikrofon benutzen und seinen Stand. Wir kommen vom Friedenszentrum und Friedensbündnis. Aber es passt ja zu dem, was die BIPs auch wollen. Es ist einfach ganz wichtig, dass wir uns im Kopf bewegen und wie gesagt anders denken. Und wir wollen keinen Krieg, habe ich schon gesagt. Und dieses Projekt Tanzwärts ist ein Projekt des Staatstheaters, des Tanzensembles, geleitet von Gregor Zöllig, der es Laien ermöglicht, von 8 bis 80 am Theater zu tanzen. Und was hat das hier mit uns zu tun? Na ganz viel. Das ist nur möglich, wenn wir Frieden haben. Wenn wir im Krieg wären, wäre das überhaupt nicht sinnvoll. Und dieses Projekt wird durch Spenden finanziert, weil der Staat kein Geld hat für seine Bürger. Wir sind nämlich einfache Bürger, die da tanzen. Und ich habe im vorigen Jahr im Sommer dort getanzt und mache das in diesem Jahr wieder. Das ist ganz schön anstrengend, die ganze Woche bei der Hitze, jeden Tag drei Stunden droben. Aber in unserer Gruppe ist ein Herr, der ist fast 80. Und ich kann, also einmal merke ich an mir selber, wie viel Spaß das macht. Und an denen merke ich das auch. Und die Balletttänzer sind eben in den Gruppen unsere Choreografen. So, manchmal ist das ein bisschen schwierig mit den Fremdworten. Und die sind, das sind alles junge Leute, also Mitte 20 bis Anfang 30. Die sind so nett und geben sich so viel Mühe, uns alten, sag ich mal, da eine Freude zu verschaffen, uns zu bewegen, so wie wir es in unserem Alltag kennen können. Natürlich, die Zehnjährigen tanzen anders als die 70-Jährigen. Und das ist etwas, was wir brauchen. Wir brauchen Freude im Leben und Friede und Lust am Leben, Spaß. Das geht alles nur, wenn wir keinen Krieg haben. Darauf weise ich hier hin. Und ich habe hier einen Zettel in der Hand, den halte ich mal hoch. Das ist eine junge Palästinenserin, Sanitäterin, um die 20, glaube ich, 21 oder 22 Jahre, unbewaffnet, die hier jemandem geholfen hat, dem Giftgraskanister an den Kopf geworfen hat und wurde erschossen. Das ist in unserer Welt. Das ist jetzt in Israel. Aber hier haben wir ja Ähnliches. Peter Rosenbaum hat darauf hingewiesen, wie sehr der Krieg noch in unseren Köpfen ist. Und da müssen wir uns bewegen, diese Gedanken aus dem Kopf rauskriegen. Das ist das Problem und darauf weise ich hin. Und ich muss das selber machen. Ich muss bei mir selber anfangen. Ich habe gerade eine Situation in meinem Leben gehabt, wo ich innerlich geschimpft und geschimpft und geschimpft habe. Und das bringt gar nichts. Und dann habe ich mich für den Frieden entschieden, mein Leben der Freude und dem Frieden zu widmen. Und schon ist alles anders. Nur durch diese Entscheidung. Jeder für sich selbst. Deshalb stehen wir hier. So, ich weiß jetzt nicht, wie spät es ist. Zwei Minuten vor zwölf. Ich denke, wir können das beenden. Ich danke Ihnen allen, dass Sie da waren. Und kommen Sie wieder. Wir müssen ganz viele werden. Weil, ich bringe mal das Beispiel von der Schneeflocke auf dem Tannenzweig. Das hängt hier in der Mangikirche. Die eine Schneeflocke auf dem Tannenzweig macht gar nichts. Merkt der Tannenzweig gar nicht. Aber wenn es Millionen und Billiarden und Abermillionen werden, dann bricht der Zweig ab. Und das müssen wir hier für uns übertragen. Wir müssen ganz viele werden, das weiter tragen, sodass wir wirklich uns auf einen anderen Weg, nämlich den friedlichen Weg, bewegen. Ja, für heute danke ich Ihnen und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Danke.